hallo und herzlich willkommen bei redhawk gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel the lord of the ring viel spaß ok ich habe leider nicht mal doch hier vollständig bevölkerungsobergrenze erreicht ach so die darf ich nicht mehr spielen ja ich darf also nicht mehr meinen oder ich kann nicht mehr meinen eigenen account spielen ich denke mal ist wieder abgelaufen war schon eigentlich mal online dann suche ich mir jetzt einen neuen aus zuerst hatte ich die ruhe gehabt dann hatte ich das letzte mal ich glaube die hier die es sicher vollständig sind na gut dann nehmen wir mal ich bin ja ein kleiner zwerg deswegen oder nehme ich das nicht da steht doch gar nicht voll drunter warum kann ich das nicht starten ich bin gar nicht ich bin gar nicht ja die hat sich ja letztens schon gehabt nehm ich die hier ach geht doch halbschule später Ihr Ring, wie sieht es aus? Mein Ring ist aus Eisen. Ich habe Smart, Saphir, Amethyst, Rubin, ja doch, Rubin sieht cool aus. Einfacher, ne? Ausführlich. Klar, eine Gravierung hat er natürlich. Du hast ein Schicksal gewählt. Hab ich! Ich bin in der Taverne. Ich gehe erstmal hier raus. Geh zurück, Servant of Evil! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Geh zurück! Du hast uns in Trump gefunden. Es scheint, dass du... Das ist, dass du dein Ring verletzt kannst. Du kannst die Ring benutzen. Mr. Ile. Du hast gerade bekommen... Du hast gerade bekommen. Jetzt in die Kontrolle des Settlements. Proceede einmal. Du hast gerade... Ring? Du, du... 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 Korf das Bordas der Dor hacerse Rad, Du... Sorens Minion, our ally in Palas, you do not know. You cannot meet a command. Here is where you can acquire gifts for your command. Perfect. Now you can recruit your... Okay. Geht nicht. Erstmal das Tutorial durchspielen. Here you can see... Let us recruit. To recruit a command, the item you just obtained can... When the respect reaches maximum. Yeah. A most welcome sight. Most pleased to make your acquaintance. Here you can choose the soldiers you want. Excellent. Now that you have an army, defeat... Okay. Reef, relinquish it and I'll spare you. You have my thanks for your help. We might not have had the strength. Allow me in my army. Okay. Dankeschön. Thank you. Captured lands provide reap... Every land tile under your... You can collect all power. Now that you... My friend. Okay. Good job. I see. A fitting name. You. I see. I see. It seems to do not forget to check the... You get to get away. You get to... You get to get away. I see. I see. It's just a little bit. It's okay. It's okay. But it's okay. It's okay. I get away with you. Schnell Geld abholen, 1, 2, 3, ok, und dann würde ich jetzt hier erst noch schön alles Okay warte martin 30 und noch ja jetzt am anfang geht das bauen ist man ganz schnell ja das kann man ja bei solchen spielen solche mal bei den spielen dass man schnell geht und dann dauert es mal länger das ja 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 Ups, da war es so weit. Die Hauptteile muss lebensfrei sein. Okay, das ist jetzt bei 5. Jo, wir sind auf dem Weg dahin. Haben wir gleich. Dann 30 Sekunden. Haben wir erst noch den hier. Haupthalle. Den kann ich. 5 Minuten. Okay, das dauert ein bisschen länger. Jetzt dann. Okay, da komme ich gleich nicht weiter. Hinter auch nicht. Dann nehme ich die 30 jetzt gleich. Hauptteile. Das sind 5 Minuten. Hauptteile. Dann kommt gleich die Hauptteile. Okay. Dann kommt gleich die Hauptteile. Hier mein Zahnrad. Was ist das für ein Unterschied? Normale und hoch. Mmmh. Für bessere. Für bessere. Für bessere. Okay. I'll spin. I'll spin. Go. Apotheke, verletzte Daten. Sie auch alle auswählen, drücken können, naja. Okay, und wir sind jetzt auf dem Weg. Boah, genau hier, genau niemand. Ein netter Nachbarn, oder ein netter Nachbarn, genau. Marschieren. Okay, da ist es ein Piper. Möchtet. Möchtet. Ah, meine Anzahl ist niedrig, dann muss der also zurück. Okay, komm, ich ruf dich auch mal zurück. Was kann ich denn noch hier machen, ich habe total vergessen. Hier unten mal, glaube ich, mit der Kommandantin, damit die, ah, ich brauche fünf, na gut, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Passt. Einfordern. Hm, schön. Der ist noch stärker, ist niedrig. Okay. Und dann müssen wir jetzt auf Armee drücken, aber alles glaube ich. Genau. Ausstattend. Ich möchte ihn aber. Wow. Na gut. Na gut. Dann kommen hier die rein. Okay. Beide voll, super. Dann machen wir einen nächsten Angriff. Auf. Marsch. 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 15, 10. Oh, ein little, thin, hard. Oh, ein little, thin, hard. noch mal ein Land 10h ich glaube 15h werde ich noch nicht schaffen können find 4200 noch Jo, was ist das da? Neut! erstmal Kommentare, Kommandanten, Vergiss du das Anlegen zu drucken, ahaha Waldläufer, jawoll ja, ok, 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 dann da ist aktivieren, 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 aktivieren Führer, wir nehmen den Führer Kapitel 2 haben wir auch fertig dann schauen wir mal, was war jetzt ah, jetzt habe ich die Stories freigeschaltet so, dann geht es jetzt hier wieder kurz los 30 Sekunden 10 Sekunden dann hole ich mal meine Leute zurück hier habe ich doch schon, schon dabei Kapitel 3 ist fertig so, dann so, dann Okay, dann rennst du rein, du rennst zurück. Okay. Einmal kostenlos, immer noch. Die ganzen Flammen von den Ländern eingesammelt. Oh, Kapitel 4 ist auch schon fertig. Ich soll erst in der Tabelle gehen. Nein, kein Problem, machen wir. Okay. Jetzt in Kapitel 4. Ich bin der Tabelle. Ich bin der Tabelle da. Okay, dann muss ich erstmal Heildias zurück nach Hause rufen, erstmal gehen die Sachen wieder annehmen, Kapitel 5 auch schon fertig, ach je mini, was mache ich denn, eigentlich gar nicht, was soll da heute nachhalten, okay. Genau, oh, ich schaue, eine Minute. Okay. 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 Und da bin ich schon wieder. So, jetzt wollen wir hier den zurückrufen und die Sterne einsammeln. Er ist nun nicht da. Einfordern, okay. Und hier müssen wir dann noch einmal ausrüsten. Kein Boden dafür. Mist. Dann haben wir das fertig, soweit. Dann haben wir das fertig, soweit. Okay. Das ist noch. Eil, 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 Eil. Einer mehr. Okay. Ich kann nur die. Gut. Dann bauen wir noch schnell. Okay, nix. Drei Minuten. Drei Minuten. Ah, das ist noch länger. Zack. Bumm. Hier nochmal 30 Sekunden. Was muss ich hier noch machen? Ich besitze vier Landschaften mit zehn Macht. Beitreten. Beitreten. Okay. Dann noch eine. Macht da. Da muss ich glaube ich wieder in meine Basis reingehen. Apotheke. Alle ausfüllen. Behandeln. Zack. Zack. Armee. Okay. Achves. Mach this is. Ach raised, Pat. Mach's tut dir. Ach weiß das je nicht. In knots flach. Nein, Leopard. Ja, Leopard! Oh nein, Leopard. Jut, haben wir das auch. Kommt jetzt in das Land. Warte mal, das bin ich und das ist er. Wer mich das hier gerne angreift, muss aber ringsherum erst mal ein Fett besitzen. Okay, okay, okay. Und Kapitel 6 ist auch fertig. Jetzt sind wir in Kapitel 7. Oh, auch nicht so weit weg, ja. Schön. Obwohl, da war ein großes Gebirge zwischen. Dann, genau, eine Schlacht noch zeigen. Das wird schön. Ist allerdings immer die gleiche. Deswegen nur eine Schlacht zeigen. Okay, hier bin ich und ich kann mir dann halt gleich immer ausruhen, mit welchen Truppen ich angreifen möchte. Hier kann ich wechseln. Vier Truppen habe ich. Ich muss halt immer gucken, was für Gegner da sind und welche besser sind. Ja. Der Antwort, ich wollte, habe ich gewechselt. Ich habe gewechselt. Kann ich da jetzt noch einen anderen nehmen? Ja. Und das geht halt bis dahinter, muss ich. Mein Anfang ist noch relativ einfach. Jetzt müssen wir uns einen Kampf anschauen. Bei der eigentliche wird man eigentlich immer ein Anfang. Ich glaube, in der zweiten Stage wird es ein bisschen interessanter. Drei-Farbe-Geschwindigkeit. Da ist noch die Runde 1. Da ist das die Runde 2. Runde 2. Runde 2. Und nicht. Bumm. Und das reicht. Sü症. War nicht? Übersetzer. Ja, ich bin fertig. Untertitelung des ZDF, 2020 Schnell, schnell, schnell Ach, die ist bei Down Das sind 54 Reiter, aber auch viel mehr, oder nicht? Achso, das waren meine Reiter Loll Und In Runde 6 Haben wir ihn besiegt Oh 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 Noch ein Kampf Noch ein Kampf Ah ok Oh 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 Also sieht schon mal sehr gut aus mit der Geschwindigkeit würde ich sagen Wo Wo schießt der denn hin? Die sind alle hinter ihm Oder neben ihn Oh Es ist ja kein Wunder, dass die hier verlieren Wer die ganze Zeit hier gerade ausschießt Ja Runde 5 Ja Jetzt schießt er wieder richtig Aber jetzt sieht man den auch nicht mehr 6 Haben wir noch Runde 6 7 Ok Ok Dann war den nach hinten wieder Und Maschinen da hin Und Da war jetzt den Vorletzten Ja Ja Und Ja Und Schon wieder. Da. Sind alle hinter ihm. Wo schießt er hin? Soll mir recht sein, er ist ja gerade mein Gegner. Also Mai kämpft er ja für meine Einheiten. Also wenn ich verliere, weiß ich genau, warum. Weil Heidi ja die ganze Zeit in der falschen Richtung schießt. So, das ist aber heftig. Werde ich das doch noch verliegen? Oh, ich glaube, das verliere ich. Wie lange hat er mir gehen? Nicht mehr lang. Nicht mehr lang. Frau Wagedorff. Und deswegen spiele ich immer morgens. Am besten, wenn meine Frau noch schläft. Aber ich habe jetzt Nachtschicht. Ich komme nach Hause, lege mich hin. Und wenn ich aufstehe, mache ich das Spiel. Aber dann ist meine Frau schon nach. Oh, Runde 9. Runde 10. Jetzt geht es aber schnell. Ich gewinne noch. Unentschieden. Unentschieden. Oh, der wird verlieren. Unshinoe ist abgehauen. Das ist gut. Der Hexenkönig. Da, 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 da. Da, 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 da. Das ist gut. Ich bin sehr gut. Das ist gut. Und ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. am besten ist man nimmt die ganze zeit erst mal nur einen und treibt mit denen so weit bis er nicht mehr kann und dann nimmt man die nächste und dann die nächsten und dann den nächsten und so weiter und so weiter einer steht noch da 2 ich verliere oh meine bursche sind alle da runde 3 erst wo an welche runde verliere ich in fünf so habe ich noch meine reiter seien die reiter sind zu spielkämpfer doch das ist meine das sind ja die gegner Runde 5 Also beim Unentschieden habe ich sozusagen dann auch gesagt, oder? Wie bitte? Ja, 2 Stunden noch. Okay. Komm schon, wird das Unentschieden oder verliere ich? Malos. Malos. Also bei Runde 10 ist Unentschieden. 90. 78. 68. 60. 53. 48. 48. 34. 12. Unentschieden. Okay, der ist weg. Der ist weg. Aber ja, 2 Stunden noch. Marschieren. So. Er ist ja jetzt schon angeschlagen und der eigentlich noch nicht. Deswegen wird das jetzt hier, ich hoffe, ganz schnell gehen. Okay. In der fünften Runde ist er kaputt. Runde 1. Okay. 1 2. 3. 4. 5. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist es zu dauer. Jetzt greifen sie jetzt noch den Jan. Nee, den. Bumschützen. Doch den. Runde 5, was macht ihr da? Ich dachte, ihr seid schon down. Also, Gegner. Nein! Komm, 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 komm. Ja. Ja. In Runde 6. Dann kann er nicht mehr unentschieden spielen lassen. Du musst ein Sieg sein. Runde 6. Guck mal meine Übermacht an. Ah, das ist doch Sieg. Aber das wollen wir uns jetzt nicht anschauen. Es ist auch das, wie ich lange habe. Habt ihr ja gerade gesehen. Und das... Ja, genau. Passt schon. Okay. Bewegen. Nach Hause bewegen. Gedreht sind jetzt nur einfach schnell das Ganze bauen. Was ich bauen kann. 20 Sekunden. Was? smoked. Süpt. 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 Okay, gut, dann will ich mal sagen, das war's für heute, alles abgeschlossen, können wir nochmal hier, die Levelzonen, eins, zwei, zwei Level, so, es geht. Freischalten, okay, ja, jetzt drei Stunden. Ich drücke auf einmal, naja, zack, 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 bewerten ganz gut, zack, zack, weiter. Ich drücke hier einfach mal alles durch. Ach, egal, kommt nicht so lang. Gut, dann will ich was sagen, das war's für heute. Ich kann das Spiel nicht abbrechen, ich muss es schließen. Okay, Spiel geschlossen. Und Ticket noch abholen. Die hören dich, ja. Ich glaube, ja, nicht Licht. Okay. Ticket abholen. Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch gefallen seid. Bis dann, mit euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.